Oh, danke für den Erdkundeunterricht. Tja, herzlichen Glückwunsch. Oder so. Weiß Liz es schon? Äh, noch nicht. Dafür brauche ich einen Freiwilligen. Kein Problem, Mann. Liz liebt dich. Sie gönnt dir den Erfolg. Denkst du? Klar, nur lass mich hier erst verschwinden, bevor du es dir erzählst. Gehen wir zum Strang. Was ist los? Wie kommst du denn darauf, dass etwas los ist? Je romantischer der Ort, an den du mich bringst, desto ernster ist das Gespräch, das wir führen. Hey, warte mal, hier ist eine Muschel. Charlie, komm mal her. Ich glaube, ich, äh, ich werde die Schule wechseln. Wieso? Basketball. Wohin gehst du noch, Bridgewater? Ferment Academy. In Vermont. Ich kenne diese Schule gar nicht. In Vermont? Wann hast du dir das denn überlegt? Ich, ich hab mich vor ein paar Monaten da beworben, aber die Chance war so klein, dass ich dir gar nichts davon erzählt habe. Und warum ausgerechnet nach Vermont? Das ist eine Riesenmöglichkeit für mich. Aus der Ferment Academy kommen mehr Basketballstars als aus jeder anderen Schule. Aber was wird aus uns werden? Nichts wird sich ändern, Liz. Es wird nicht wie früher sein, Todd. Wieso denn? Hör zu, wir haben die Ferien, die Feiertage, lange Wochenenden.